Hey, was grüßt euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Wir möchten euch, wie jedes Jahr, wieder zur Sommersperger-Session einladen. 17. Juli, 2, 3, 4. Das Wetter wird wieder schön werden, deswegen spüren wir wieder draußen. Und nehmt euch was an Grün mit! Ja, die Wiesen neben dem Pool werden wir wie immer gemütlich auf den Korte reiten. Und ein wenig Heu ist auch dabei. Das Leben eigentlich fast alles beinahe. Und das Badezeug nicht vergisst! Ah! 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 ARD Text im Auftrag von Funk